Servus, serv, Franz. Heute checken wir unsere neue FIFA-Ratings in FIFA 23. Gutes Foto, oder? Ja, nicht schlecht. Gute Tränen. Aber die Rating ist super, on point. Aber diese ist von letztes Jahr. Das ist von letztem Jahr. Vielleicht Physik? Bisschen, oder? Bisschen besser, hoffentlich, aber vielleicht stärker als du, oder? Du bist stärker als ich, ja. Kann sein. Aber der Schuss ist auch 31, passt das? Das ist für deinen rechten Fuß, nicht linke. Linke ist höher, aber recht passt schon. Passt schon, ja, stimmt. Tempo passt schon, vielleicht ein bisschen. Tempo passt, vielleicht ein bisschen weniger, oder? Ja, ja, aber Dribbel kannst du höher machen. Ja. Ja. Das musst du schauen mit der neuen Karte. Ja. Neue Karte? Ja. Oh, Silber! Silber jetzt. Ja, ein Upgrade. Ui! Ui! Langsamer. Ja. Aber? Aber. Das ist die... Bisschen besser. Können wir mal vergleichen? Zwei höher. Ja. Defensiv auch? Vier höher? Der Schuss ist noch. Der ist Blei. Der Dribbling auch gleich hier. Aber wie viele Kilo in einem Jahr hast du? Neun. Neun Kilo. Und nur? Und nur zwei. Ja, das ist schlecht. Ja, mit Silber bin ich zufrieden, muss ich sagen. Mit Silber, aber was ist mit Distanz? Ja. 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 Ist nicht gut, aber geht schon. Tempo schlägt, ja. Passen muss höher werden und Physik. Und Defensiv auch. Ja. Hier sage ich 70 Minimum. 75 Minimum. Und wenn wir nur auf deinen linken Fuß, dann kannst du auch 70 haben. Golf. Aber dann bin ich nicht Silber mehr, dann bin ich Golf. Ja. Ja, sag ich auch. Ein Jahr oder? Ja. Silber. Boah. Playboy. Ja. Das war vorher, wo die Haare war lang, oder? Ja. Ui da. Viel tempo. 85, passt. Ja. Kann ein bisschen höher sein. Du musst da reinsteig, oder? Ja. Ja. Ey. Das ist Respekt. Was ist das? Ey. Nicht gegen Wolfsburg gesehen, oder? Nee. Auch nicht gegen Bayern. Bayern, ja. Aber Bayern, das ist nur volle Kanonen. Was? Du hast mehr Physikal-Sieg. Äh, gleich noch. Nee, das war letzte Jahr. Ja. Ich hatte 64. Ja, weißt du. Ein bisschen Training. Ich habe gesagt, du hast mehr in Fitness-Games. Passing. Dribbling auch. Ja. Du bist auch okay. 70. Ein bisschen höher, dann ist es geil. Ja. Aber das ist respektlos. Ja. Und sind wir gleich? Nee, wie viel hast du? 68? Nee, du hast. Äh, 65 in die Neue. Ey, ey, ey. Wenn ich nicht 70 bin in der Nähe, dann habe ich ein Problem. Ja. Das ist super. Dreh, Mann. Du bist langsamer jetzt. Was? Aber 71. Okay, gut, das ist über 70, aber langsamer. Ja. Das verstehe ich auch nicht. Aber ein bisschen besser im Dribbling. Und schießen. Okay, ich bin über 50 jetzt. Und nur ein extra, okay, das passt auch. Das ist nicht so groß. Aber viel besser im Dribbling, ja. Und Dribbling auch. Ja, das ist gut. Passen auf. Aber das war der Wichtigste, ja. Über 50. 100 Prozent der Wichtigste. Ja. Und natürlich die Toten. Du bist jetzt auch nicht mehr Linksverteidiger, sondern linkes Mittelfeldspieler. Oh, ja. Linkes Mittelfeldspieler, ja. Okay. Ja, ja. Geld Bale. Ja. Aber langsamer, das verstehe ich nicht, muss ich sagen. Du weißt, warum mein, äh, wie sagt man, Smile? Ja. Ist hier, weil der Torstieg ist über 50. Aber Tempo, okay, das Respekt, okay. Alles besser, aber Tempo schlägt da. Ja, was hast du versucht? Ja, okay, macht keinen Sinn. Fair enough. Aber ich freue mich auf über 70, aber Silber... Ich bin ein sehr guter Silberspieler. Ja. Oder? Sag ich auch. Und Hara ist am Punkt. Ja. Besser als diese Foto. Ja, ja. Und auf diesen. Ja, ich sag bei mir, vielleicht passen, kann ein bisschen höher sein. Ähm, äh, ja. Dann vielleicht auch Physik, kann ein bisschen höher sein, aber... Hörer als ich? Ja. Sag ich. Okay, okay. Aber sonst bin ich zufrieden. Muss ich sagen. Das ist okay. Defensiv gleich als hier? Du bist Innenverteidiger? Ja, das muss auch ein bisschen höher sein. Ja. Ja. Ich bin auch zufrieden. Nur der Tempo hier ist... Das ist... Das ist perfekt. Nicht gut genug, ja. Ja. Schießen muss ehrlich auch höher werden. Ich nehme Freischuss hier und so. Und Ecke und dann bin ich... Okay. Fair enough. Nur zwei Tore. Ich muss mehr machen. Fair enough. So. Aber... Hier total ist zufrieden. Und der Foto auch. Ist auch zufrieden. Und dann Foto ein bisschen. Ja. Ja. So ist es. Böse hier, oder? Wahrscheinlich, ja. Oder war es zu früh in den Morgen? Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Fair enough. Danke für die Zuschauer. Und FIFA 23. Kommt bald raus. Genau.